hallo und herzlich willkommen zu einem neuen karten video von mir ich habe mir heute diesen watercolor design block von kraft sensations rausgesucht ich habe mit dem schon mal gebastelt ich verlinke euch das oben falls ihr das video noch nicht gesehen habt und es euch vielleicht noch anschauen wollt ansonsten habe ich heute 14 karten damit vor dieser blog ist einfach fantastisch weil die papiere sind alle so unterschiedlich ist und alles so unterschiedliche designs und damit kriegt man eine vielfalt von karten hin und ja im letzten video habe ich schon ganz viele unterschiedliche karten gemacht und wie die heute werden sollen das erfahrt ihr wenn ihr dran bleibt also bis gleich tschüss so 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Hier habe ich mir, will ich auch wie immer,